Schultermobilität erhöhen. Du beginnst mit einer Handfläche, zeigt nach oben, eine nach unten und du drehst gegensätzlich deine Schultern im Full Range of Motions, alles was geht, drehst du deine Schultern auf, beidseitig, nimm deinen Kopf dazu, spann deinen Po an. Die zweite Übung sind die sogenannten Selbststreichler, das heißt also du fährst hinter deinem Rücken in so einem geformten S, streichelst dich selbst über den Rücken, ganz wichtig ist hier, dass der Kopf gerade bleibt, du schaust nicht nach unten, du schaust eher nach oben als nach unten, der Kopf bleibt ganz gerade.